Schärfe, murmelte Thomas, als diese ihre Körper nach hinten lehnte und ihr Po dadurch seinen Schoß berührte. Schärfe, ja, wiederholte Helene leicht amüsiert und schloss die Augen, als sie Thomas' heißen Atem an ihren Haaren spürte. Augen, als sie Thomas' heißen Atem an ihren Haaren spürte. Sie lehnte sich noch ein Stück nach hinten, bewegte ihren Po langsam und lächelte zufrieden, als sie spürte, wie seine Erregung immer größer wurde. Sie selbst machte es auch unglaublich an, wie Thomas auf sie reagierte, weshalb ihr Atem nicht weniger schwer war als der ihres Akrobaten. Berühr mich, hauchte Helene und bekam eine Gänsehaut, als sie Thomas' zwei Hände auf ihrem Bauch spürte. Sie waren heiß und Helene hatte das Gefühl, dass ihre Haut unter ihnen brannte. Hör! Thomas tat, wie ihm befohlen wurde und fuhr mit einer Hand in ihr kurzes Top rein und suchte seinen Weg nach oben. Hör! wiederholte sie immer wieder flüsternd, bis Thomas' Hand schließlich an ihren Brüsten ankam und diese leicht streichelte, bevor er zupackte. Helene entwich ein Stöhnen, als er anfing ihre Brust zu massieren und zuckte immer wieder leicht zusammen, sobald er über ihren bereits harten Nippel strich. Du bist so sexy, raunte Thomas in ihr Ohr und drückte seine Schoß etwas fester gegen ihren Po. Seine Erregung so hart zu spüren, ließ Helene immer feuchter werden, sie legte ihre Hand auf die andere von Thomas, die noch auf ihrem Bauch lag und schob sie in ihre Sport-Leggings. Bauch lag und schob sie in ihre Sport-Leggings. Spätestens jetzt, wo seine Finger über ihren feuchten Slip fuhren, konnte er sich gar nicht mehr wehren und drang mit zwei Fingern an sie ein. Oh mein Gott, flüsterte Helene, als sie ihre Augen öffnete. Sie sah an sich hinunter, ihr Schöp war nass geschwitzt und die Decke hatte sie anscheinend im Schlafwerk getrampelt. Das kann nicht wahr sein, murmelte sie, als sie bemerkte, dass ihr Schlepp tatsächlich unglaublich feucht geworden war durch den Tram und musste leicht über sich lachen. zenie .